Hallo, Herr Tarvos. Jawohl. Besuch. Bevor drei Spieler machen wir alleine. Es braucht schon mehr als nur ein paar Orks, um mich zu besiegen. Ach Gottchen. Na gut, so Missionen für drei Leute habe ich schon mehrfach alleine gemacht und ein bisschen Equip hat, dann schafft man das echt easygoing. So, dann können wir den stunnen. Vielleicht können wir den stunnen. Arschloch. Mal's dann und wieder auf ihn rein. Jawohl. Ausweiden. Oh, wir können was für ein Sonderung. Was für ein Lappen. Das soll für drei Leute sein, ehrlich. Seid ihr euch sicher? Ist das wirklich alles? Oh, unser erster Flugpunkt, mit dem wir interagieren können. Also der zweite insgesamt mit diesem Schattenunterhalt. Als dich die eiserne Haude entführt hat, befürchtete ich das Schlimmste. Bringt ihr Neuigkeiten? Wie kann ich helfen? Ora, Terramus. Ich mache es. Jetzt meine Eltern, wir machen die Flas. Wie kann ich den Schatten? Ada ein? Ich mache es. Oh Ah 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 Willkommen Willkommen Ach die euren Kinder retten wir ja auch noch Hm Ja Gut Hey sieh da Rezepte Kochkunstrezept Und erstes Hilferezept Nein Ah Ah Oh Vergiss doch nicht die Kinder! Kann ich endlich einer mal an die Kinder denken? Wir sollen ihr Feuer löschen! Und... Das letzte Kind... Oh... Auch geil! Hinterhalb muss nicht mehr von hinten gemacht werden! Kann man easy gold von vorne machen! Das holen wir schnell, dann fliegen wir gleich nach dort! Schnell! Das hat sich nicht allzu viel verändert! Ein paar Fähigkeiten haben sich verändert! Weniger Fähigkeiten haben sich allgemein! Und... Weniger CC! Ich folge euch! Das Licht ist unseres! Mit Schurken fällt das jetzt wirklich am wenigsten auf! Was ich da natürlich am coolsten finde, ist die Fähigkeit, gerade für PvPler, den Nierenhieb, dass der eine fette Blutung verursacht! Ist ne feine Sache! Wenn jemand das alles überlebt, macht der Nierenhieb den Schaden noch zusätzlich, dann kann sie geführt sein oder sonst was! Ist ne feines Ding! Geht jetzt! Ich bilde die Nachricht! Lasst uns reden! Hier entlang, Kommandant! Es ist eine Freude, Exarch Akama in Aktion zu sehen! Achtung! Da kommen sie! Achtung! Hier entlang! Ich kenne diese Hügel gut! Nicht die einzige, die hat die Quest gemacht! Ein Jäger und ein Hexer noch! Noch ein Angriff! Die halten uns wohl für leichte Beute! Guck mal nicht mehr zum Ausweilen hier! Wir sind fast da! Guck mal nicht mehr zum Ausweilen hier! Wenn deine Angst sind drin! Ihr habt es geschafft! Unser Glaube kann nicht gebrauchen werden! Sie haben den Angriffen! авarsch wissenschaften die Stolzenehme und der Wiffen den Wohnen ist eigentlich egal nur noch ein Krieg und umschliffen zusammengeflickte ich halte alles im Auge für die Stolzene die Stolzenehme die Stolzenehme die Stolzenehme MORVI Wundervieren 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 Mother exchanges WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Arkinon Poros Da sind wir wieder und weiter geht's Wir müssen jetzt erstmal ein paar Missionen abgeben Wir begrüßen eure Hilfe Das Licht wird euch den Weg leuchten Nein! Samara! Nersul, das muss aufhören! Was wollt ihr? Euer Blut wird mir die Macht des dunklen Sterns verleihen Nach Shaskul mit euch Sagt eurem Propheten, dass seine Zeit vorbei ist Die Dunkelheit bricht herein Amin! konnten euch tief durch die Rängen gemeinsam mit einer congregierung Packungsvolleûں Schenschwelijk 8 Cheregar